Hey Leute, wir sind gerade in einem Fichtenbestand und da haben wir eine ganz typische Pflanze hier gefunden, den sogenannten Sauerklee. Erkennt man an weißen, hellen Blüten, kann man unter anderem auch essen und zeigt einen sehr sauren Standort an. Und jetzt gerade im Mai fängt er an zu blühen.